Was ist das? Was ist das? Was zum? Na komm her! Jetzt gehörst du mir! Klar? Geht klar! Verstanden! 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 Was ist das? Wer zur Hölle bist du? Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug! Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchisten? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insasten von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestand dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Weiter machen, Herr Faust! Hey! Batterie! Die Batterie! Anziehe sie! Ja. Aufstehen! Was soll das? Dauch in deinem Befehl, verdankter Flascheimer! Nein! 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 Nein. Nein! 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 Setzen Sie sie, großer Mann. Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Wir gehen ins Lager. Wir gehen ins Lager. Wir gehen ins Lager. Das war's für heute. 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 Ein Versteck. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.